Ich... Irgendwie muss man diese Scheißviech da reinkriegen. Hundertprozentig. Wenn ich drüber gehe, dann hüpfen sie. Wie ist der jetzt nach links gelaufen? Ah! Was war das? Ah, okay. Mit vollem Anlauf. Mit Anlauf und Anlauf und... Ach du bist ein Arsch. Aha. Ja, komm. Mit voller Karacho da rein. Komm. 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 Ja, komm. 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 Warum springt ihr jetzt nicht so stark? geht doch und jetzt eine kante hilfst du volle kanne darüber kommt jetzt sind noch mehr da saugeil du gehst jetzt doch mal volle karacho spring doch mal bitte für mich in das kaputte ding noch alter das spiel ist doch so ein scheißen dreck das spiel so scheiße ich hasse dieses spiel übrigens das spiel kostet 10 euro kauft euch voll toll dreckiges scheiß was jetzt die sterbe scheiß viecher kann man die mitnehmen außerhalb außerhalb des bildschirms jetzt haben sie sich hier verteilt interessant ich glaube das fliege ist ausgelöst aber was bringt die viecher das ist so alt so zum verzweifeln das spiel ich meine alle die das angucken und schon wissen die sich mit mir wundern ich liebe ich habe das so gut ach man es muss doch noch irgendwo was zu machen sein kann ich dich wenigstens außerhalb des bildschirms können sie nicht noch mal versuchen aber was bringen die vier da weiß ich nicht ob das bloß ob das bloß zur schau ist manche sachen ich habe nur vier da wackelt was aber passiert nichts da geht es noch weiter ach so da geht es nicht weiter stimmt ja wo haben wir denn noch nicht da unten haben wir doch alles abgegrast doch rechts kann man nicht wirklich hin und der blockierte dreck sagt den weg können wir noch mal gucken ob da links irgendwie irgendwas noch ist aber da war das komische viel ich glaube ich da oben was war da oben ja 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 gucken wir doch mal noch mal so was zum ach und genau das war da unten immer dieses dieses pop-up das ding ach so da unten war der die macht aber auch nichts was ist ach das blöde ja da unten war aber schon ich glaube da oben haben auch da war das blöde organ wo geht es denn nur noch lang helft mir doch ich will die wieso ein stück war die baby das wird alles gewandert bloß das ding ich will ich muss man doch bestimmt noch was machen 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 ich fühle mich wie in meinem letzten zelder let's play total verloren und da ich ja nicht abgucken will ach komm geh aus du lautsprecher so 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 ich glaube es hat doch noch was mit den dingern zu tun aber ich laufe wahrscheinlich sowieso wieder falsch weil ich überhaupt keine orientierung in dem kap so 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 meine kleine Baumpullis Tree-Pullis 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 ach 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 Wortwitz ha ha den keiner blickt das genau Moment mal kann ich das eine aufs andere setzen ich tue es jetzt alle mal nach links bringen nach links bringen habe ich gesagt du musst halt wissen hier du musst recht austesten wo ist die schaltfläche wo du drüber wo du rauf musst damit die sich bewegen mhm mhm tju und tju tju aah aah ok toll jetzt sind es alle links hör einfach mal wie wild über den bildschirm streicheln das passt dann schon und jetzt die tolle viecher geh da rüber ja aber was bringen die mir ich weiß es doch nicht also wenn du jetzt zu lange gehen bricht immer mehr schweinen hast du wieder durst gell hast du meine zuschauer wieder du viechle du nicht bringt das nix hm dann vielleicht mal nach rechts irgendwie nach links her muss man halt wissen wo rechts und links ist ja komm was mit dir bringt auch nix wie mies ist das denn kommen wir denn hier nix machen schlicht bringen uns die karten irgendwie weiter so dass wenn der info dazu wäre es nicht schlecht schade echt schade aber schön mal die ganzen karten anzugucken es kann doch nicht sein dass ich was du bist ich speichere jetzt erst mal dann sehen wir uns beim nächsten mal weil ich mache jetzt hier auf jeden fall mal einen cut und ja so dille und weiter geht's okay gucken wir mal wir sind auf der suche nach dem fünften schlüssel und da hat es möglich das ist etwas naja und gucken noch mal alles durch irgendwo muss dieser verdammte schlüssel herumfahren und das würde ich jetzt mal auch recht schnell hinkriegen hallo ok da war nächster schlüpflos wie ich ja könnt ihr euch mal einen schlüssel schlüpfen schlüssel schlüpfen genau ein schlüssel schlüpfen wäre nett aber tut's nicht und da kann man wahrscheinlich auch nicht viel machen muss die viecher anzuklicken danke was ist da drin noch mehr ok was jetzt hey das ist doch nice danke den haben wir so gut meine fris hat aber auch lang genug gedauert nach dem ganzen rumgesuche jetzt wo ging es überhaupt noch mal lang die karte bringt mich auch nicht weiter die ist genauso unübersichtlich wie das spiel an sich ich glaube da unten war es wir müssen irgendwie runter kommen ich ging die imaginäre band kann ich auch kann ich auch wo ging es jetzt runter ok danke schöne karte nette karte liebe karte tolle karte da ging es zu dem hund ach verdammt nicht normal wo waren der scheiß winter vorhin her gekommen da oben das sieht aus wie ein schloss vielleicht ist es ja jetzt kommen die hin ja ist das schön jetzt kommt geben ja so muss sein und jetzt ok und jetzt klicken verdammt noch blöd das ist jeder ein wunschfreier ach wie süß auch wie süß auch wie süß auch wie süß auch wie süß und jetzt und jetzt wuuhu yeah ja und du kannst mal da irgendwas machen ach ist das zu ach ja mhmhmhmhmhmhmhmhmhm dann geht das ständchen ja das mit der anarchie war wohl nicht ganz so richtig vorhin ok jetzt gedacht hätte jetzt gedacht man müsste durch springen und mit denen die anklicken und durch springen aber so lange das ding du sollt mal ein schwarzes loch in dem samen drin kein problem oder tja das war es dann mit der mondlandung danke jetzt kommt gleich noch nö jetzt muss ich auch noch pause machen manu dann speichern wir mal ab und dann sage ich für das erste